Aber egal. Ja, No More Heroes sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Doch, das ist doch das schöne Spiel, was da ganz toll gemacht worden ist, oder? Das schöne Spiel, was da ganz toll gemacht worden ist. Ja, genau. Genau das. Genau das meine ich. Ja, dann noch das Spiel Two Worlds Castle Defense Add-on zu Two Worlds 2 Ja, Two Worlds 2 ist ja glaube ich ein MMORPG Genau Und dazu halt ein Add-on, ist ja nicht so ungewöhnlich Genau, und als letztes noch Battle of Shares Schach Ja, Schach, genau. Danke Schach war das Braucht man ja kein Spiel, so kann man ja auch in echt spielen Genau, ein bisschen Steinchen setzen und ne, das ist ja nicht so schwierig denke ich mir mal Vor allem was hoffen, ne? Ja So, ich glaube das war's jetzt auch für die heutige Next-Gas-Ausgabe Jo Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann mit einer lustigen freudigen Unterhaltungs-Sendung hier auf ePlay Ciao In diesem Sinne Tschüss und auf Wiedersehen Und dann Bis zum nächsten Mal.